Ich mach mal Radio aus wegen dem Thema. Ich fühl mir jetzt einfach. Die Bühne gegen das Auto sind da. Hammer! Vor der Brücke wird geflogen. Der Porsche bremst eigentlich ab. Wirkst du das? Ja! Das ist gar nicht so anders. Vor allem höfst du mal hart. Ich hätte mir eigentlich nicht so fliegen. Ja, Kugelgläser. Vor allem mit Abstand hier. Oh, der arme Rollerfahrer. Der Rollerfahrer hat Spaß. Kannst du ihn nicht anrufen? Oder hier anbringen? Nee, ich wollte ihn reinlassen. Boah, die Arme. Ich glaub, es ist eine Frau gewählt. Die hat Spaß. Hier ist rechts an jeder Achse. Das sieht schon krass aus. Ach so, rechts noch Licht. Was ist die Bange? Ey, ich hab eine Seite. Kommt hoch. Kommt hoch. Kommt hoch. Kommt hoch, macht hoch. Kommt hoch, macht hoch. Ich hätte da nicht hingucken können. Aber es ist mir hier möglich. Ich versuche es dir zu filmen, aber die Aufnahmen kacken sind hier. Kommt mal rechts los. Alter. 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 Gar nicht so grün. Gar nicht so grün. Oh, hier vor allem mit der Fluchtburg. Sie halten sich richtig an den Lateran fest. Ja, das ist doch gar nicht so grün. Schaltenwischer. Nur falls du die Hände am Lenkrad quasi dicht nimmst. Ey, du bist so ein Seitenränder gekommen, das ist gar nicht so lustig. Ich bin jetzt halt noch nicht in den Mühleitband gefühlt. Wer jetzt so schnell fährt, ist selber schuld. Was interessiert? Wie soll ich denn solche dreimal so hoch sein? Guck mal, wie schnell die noch fahren. Die sind nicht über die Brücke. Die haben gestirrendes Brückenformer. Oh, die Arme. Scheiße. Ich weiß nur, warum es jetzt gerade gar kein Bock gibt. Fahrrad sein. Alter. Das ist ganz schön. Das ist kein Schuss, bis jetzt gleich. Ist das was schon lange nicht passiert? Was? Ist das was schon lange nicht passiert? Ja. Ich bin schon lange nicht. 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 Ja, das ist wirklich ein bisschen entspannend. Ich guck nur die meiste Zeit aufs Video, da sieht es nicht so spannend aus. Ich bin schnell weg von den Bäumen. Es gibt viele Fahrzeuge. Ich guck, dass du dabei gleich einen Parkplatz holen kannst. Ja. Welches hättest du nicht fahren müssen? Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das Winterrefe von Vorträte gefunden habe. Ich weiß nicht, ob ich das Winterrefe von Vorträten bin. Ich weiß nicht, ob ich das Winterrefe von Vorträten bin. Ich weiß nicht, ob ich das Winterrefe von Vorträten bin. Gerade geht's aus. Dann sieht die blöden Navi-Kringel auf dem Stall. Was sieht man? Die blöden Navi-Kringel. Was ist denn das auf der Linse? Oh, grün ist gerade los. Oh, ist der Schläge. Ich mach den mal schnell in der Fluchtung hin. Mal ein Fenster auf. Wir müssen gleich vorsichtig in die Uni fahren. Ja. Ich weiß nicht, wie viel Wasser das du findest. Nee, ich war Scheibenbeschüssen. Was? Scheibenbeschüssen muss ich überfordern. Ja. 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 Guck mal. Das ist so ein massives Aquafaring. Irgendwie würde ich gerade selber gerne fahren, aber ich bin froh, dass du fährst. Einen oben wurde er ja weiter gewaschen. Jetzt zum zweiten Mal. Und jetzt macht der Auto los. Ich glaube, ihr kennt das jetzt. Jetzt wird sich schon zurückgestanden, wenn ich durchfahren könnte. Wir fahren direkt hier rechts in der 13. Das ist so egal. Das ist so egal. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich weiß halt nicht, wo wir da links abbiegen können auf der Universitätsstraße. Ja. Ist ja 금방 großartigängig zu fahren. Guck mal da, die ganzen Fahrradfahrer stehen unten. Ja, fuhmig. Ich glaub, die können ja lange stehen, oder? Ja, fuhmig, schnell saufgezogen ist. Ein bisschen Glück. Ja. Aber es sieht eher aus, als wäre das, was gestern nicht gekommen ist, und heute auch nicht gekommen ist, jetzt alles im Endeffekt. Wow! Oh! Futspatch. Ja, auf. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich bin sicher, dass wir nicht den Tunnel wollen, Schatz. Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Dann halte ich mal rechts, dass wir es mit den Newton machen können oben drauf. Lange, aber ich scheiße nicht die schlimmste Scheibe. Ich bin relativ heute schon rausgefahren. Das ist jetzt perfekt, dass wir nicht rauskommen. Ich bin relativ heute schon rausgefahren. Das ist jetzt perfekt, dass wir nicht rauskommen. Wir gucken leicht. Wir fahren vorsichtig ran. Gucken, hast du mir auch das Vorsicht. Wenn ich durchkomme, ist es nur perfekt. Man kann ja den Turn über die Funnen machen. Aber da fahren alle lang. Also das fahren alle gerade raus. Ich muss den Abstand nach vorne lassen. Ich muss den Abstand nach vorne lassen. Schau mal. Schau mal. Das scheint gute Abflüsse zu haben. Gute Drainage. Ja, das vorne kommt. Das ist unser Modus jetzt. Jetzt ist auch schon sauer. Ist ja doch nochmal wieder doller. SERIES NACHTEN Das ist alles riesig. Ich muss die Farbe geszać.